Für 24 Euro ohne Umsteigen von Berlin nach Amsterdam fahren, das geht und ich zeige euch wie, let's go! Es gibt einen neuen Anbieter im Nachtzug-Game und der ermöglicht endlich die direkte Verbindung Berlin-Amsterdam. Ihr könnt aber auch nach Rotterdam oder nach Belgien weiterfahren. Wir beschränken uns heute aber mal auf Amsterdam und gehen um ein Ticket zu buchen auf die Webseite des European Sleeper. Hier gibt es das günstigste Ticket schon ab 24 Euro für One Way, aber es gibt auch immer mal wieder Angebote, zum Beispiel für 38 Euro als Daytrip hin und zurück oder Last-Minute-Angebote jetzt für den November. Im Sitzwagen zu schlafen kann man auf jeden Fall mal machen und wenn ihr Glück habt, habt ihr sogar ein bisschen mehr Platz und könnt euch richtig ausstrecken. Nehmt auf jeden Fall ein kleines Kissen mit und vergesst die Oropax nicht. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch einen Liegeplatz oder einen Schlafwagen mieten. Die Fahrt startet gegen 23 Uhr in Berlin am Hauptbahnhof und ihr seid frühmorgens in Amsterdam. Wenn ihr dann noch eine günstige Unterkunft sucht, kann ich euch eines der Boothotels sehr empfehlen. In diesem hier zum Beispiel startet der Preis für ein Doppelzimmer ab 36 Euro. Für zwei Leute. Und Leute, lasst es mich einfach ehrlich sagen, Amsterdam ist immer eine Reise wert, aber vor allen Dingen im Herbst, für ein Doppelzimmer.